Nächste Partie, Bayern München gegen die Glattebacher und das ist bei uns ein Nachbarschaftsduell immer wieder. Das ist ja der siebte Spieltag, ist bei uns ja echt so ein Nachbarschaftsspieltag irgendwie. Allerdings erneut im Kontrast zum realen Programm, Bayern bei uns nur 14. Gerade mal ein Sieg, drei unterschieden zwei Niederlagen. Die Glattebacher bei uns 15. zwei Siege und vier Niederlagen. Und Düsseldorf kommt jetzt ran, die haben nun auch zwei Siege. Also für beide Mannschaften, wenn die sich noch weiter runterrutschen wollen, er muss jetzt abgeliefert werden. Vor allem für Bayern München. Die wurden einmal Meister bei uns und in der ersten Saison mit FIFA 17 noch wurden sie Vizemeister. Also da muss jetzt was kommen. Thomas Müller, gerade mal zweimal erfolgreich, ist der beste Münchner Torschütze. Raphael bei den Gladbachern hat alleine schon fünf Treffer erzielt. Aber Müller sehe ich gerade auch. Ja Lewandowski taucht aktuell noch total unter. Müller hat sogar zweimal Pfosten und einmal Latte getroffen. Also ein bisschen Pech war auch mit dabei. Mucke mit Bayern in dieser Saison noch komplett ohne Sieg. Und ich habe mit Gladbach in dieser Saison bisher zweimal gewonnen. Die Software sagt trotzdem, dass Mucke 3 zu 1 gewinnt. Und ihr tippt, schreibt das jetzt euer Tipp in die Kommentarbox, während wir die Aufstellung machen. Los geht's. Fummler ist wieder an der Pfeife. Er hat nach wie vor die roten Haare. Da ist er sich treu geblieben. Soll ich nicht, wenn ich jetzt globen. Dann wird man hier gar keinen mehr erkennen. Mein Ansgar von Hauenstein hat ja nach der Beförderung erst mal die Haare gekürzt. Jetzt kann das wieder wieder leicht. Ja. Oh, was für ein Auftakt hier. Kramer noch dazwischen. Santiago. Erste Ecke. Frühste Ecke bisher. Für Mucke. Aber zum Glück kein Tor. Also ganz leicht vorbei. Ja. Der erste Angriff sitzt. Oh, Kata, jetzt hau ab, ich hab mir den Kata neben mir draufgegeben. Ja, Kata, mach weiter. Die hab ich jetzt noch heute, hier geht's im Gegendor kassiert. Der wird, der wird, der wird, ich wollte schon mal auf die Chinesen nennen. Schöner Pass, aber Boateng, ja, der ist natürlich da zur Stelle. Abfang. Oh, ja, der Robben, der fliegt. Hey, Randa. Oh, Sommer. Meine Güte, das war aber ne Unsicherheit jetzt. Schön, dass er denn da noch zur Stelle war. Gut von Robben, aber wir sind zu dritt. Da ist der Torschütze. Kriegt jetzt aber hier keinen weiteren Abschluss hin. Ah, das wusste Mucke mal wieder. Schöner Pass. Na gut. Ja, wie in der ganzen Saison bei uns nicht, ne? Saisonauftakt, Bayern, das klappt einfach nicht. Aber vielleicht wird das in dieser Saison mal bestraft. Das ist doch real, ne? Das kann man natürlich auch von einer Krise bei Bayern sprechen, ne? Ja, ich bin nur ein Rund. Ja. Denken ich schon, war es noch nicht gut. Jetzt Champions League auch nicht optimal. Oh, neuer. Super gehalten. Link den noch am Kasten vorbei. Oh. Komm. Komm. Lewandowski, der unscheidenbarste Schmeier-Anspieler. Kame. Weiter, weiter. Schön. Ja, Lewandowski musste auch einfach mal niedergrätschen. Ist richtig. Ah. Ah. Boah, schon wieder. Und Sommer erneut. Ja, sieht den Ball schwer und schlecht und spät. Kann ihn nur abprallen lassen. Da war ein bisschen Platz. Da wird noch gestört. Ist das ärgerlich. Mann, da muss man richtig zum Abschluss kommen. Oh, Schweinger. Mein Gott, wir haben jedes Mal das gut gepackt. Weiter. Strobel. Ah, vorbei. Shit. Oh, Scheiße. Ja. Verdammt. Haben wir selber verbockt. Robin macht's. Zweite Reihe. Ja. Da ist der Ausgleich. Wir haben den Ball vorher auch echt blöd hergeschenkt. Ah, schade. Ah, schade. Komm, 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 komm. Rauf, rauf, rauf. Rauf, rauf. Der Reverie, der ist vorbei. Das war zugeleistet. Das war ein bisschen lang. Oh, den hatten wir doch. Aufpassen. Schön aufpassen, bitte. Jetzt haben wir auf Platz. Gut. Oh, neuer Hatingfest. Haben wir, haben wir, äh... Oh, der hat Operat. 1, 1, 1, boah. Wie der hart umkämpft. Wie eigentlich alle, ne? Ja. Mucke mit mehr Schüssen. Passgenauigkeit, ja. Die ist aber nach wie vor schlecht. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9. So, weiter geht's. Jo. Mit meiner heulenden Katze. Wie spielt das? Ja. Was wolltest du sagen? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Ribery tankt sich da ganz locker durch. Und dann wird der Schuss von Müller geblockt. Thiago Sommer. Diesmal kann er ihn festhalten. War knapp. War richtig knapp. Jetzt. Ah, da passt natürlich auch ein Manuel Neuer auf. Mist, gibt die Ecke. Zehn zu vier Schüsse. Oh, auf der Linie. Kimmich. Kimmich, dich will ich. Oh, Tank. Nein. Der Hummel zerrebt ins Tor. Ist das Eckball-Tor. Und das ist ein kurioses. Ja. Ich versuche jetzt ein bisschen schießen, weißt du. Oh, oh. Und dann läuft es nicht einfach mit dem Ball rein. Ah, Manni. Bayern führt. Haben sie sich auch verdient mittlerweile. Von Gladbach kommt zu wenig. Und es sind zu viele Fehler. Ja. 3-1. Thomas macht's. Dafür liebe ich diesen Typen. Ich liebe es. Am ex. Wir suchen gerne als mein Nachbarn. Geiler Typ. Der hat drei Kugeln. Einmal nicht Leberdowski. Also ich glaube, der ist nicht hier da. Ne. Leberdowski existiert nach wie vor nicht. 119. James Rodriguez. Stinde. Wabort hingemacht dran. Ne. Ne. Dann war es einfach schwach. SCH wie ACH. Weiter, weiter, weiter. Jetzt versuchen sie es von überall. Das war wieder typisch Leberdowski. Komm weiter. Ja, schön. Stinde. Oh, Neue. Da klatscht er sich in die Hände und sagt, boah, ich kann mal ein. Mein Fuß hält. Neue Art. Ja, komm, richtig. Alter, Schöne. Wechselort hier. Neue. Ach, ich hab ja. Ich hab schon was schießen. 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 Ich hab ja auch geschenkt. Kein Problem für den Natterfisch. Weiter, weiter. Doppelpack vom neuen Stürmer. Ja, dann hast du ja gleich noch zu dem Natterfisch. Ja. Lewandowski! Da hat er sein erstes Tor! Meine Güte. Shit, ey. Aber er kann es noch. Ach, endlich! Vielleicht ist er sein. Robben, Hummels, Rutiges und Lewandowski! Boah, Schiff. Schön von Knabry gemacht, ja. Meine, meine. Ganz frei, ganz frei, Thiago. Das darf nicht sein. Ja, dann hör auf zu laufen. Okay. Schön mitgenommen. Schön geflankt! Oh, wichtig! Komm an! Der ist nicht! Schön gestört! Der tunnelt! Nächste Chance, Müller! Oh! Muss rein! Du stinkst, ey! Ja, der muss rein! Gnabry fängt die Bälle hier sehr gerne ab und mit! Mit der fällt! Ach! Sag mal, hat Faul zu dem, was er losgeführt? Genau! Ui! Wir schießen aufs eigene Tor! Oh, fuck! Gute Flanke! Gute Flanke! Ah! Neuer zur Stelle! Ja, da ist auch noch alles bei mir gefangen. Jetzt geht's. Oh! Es sind aber auch viele Fehler, die wir hier machen. Ah, Schade! Nein! Was hab ich gemacht? Ja, du warst sogar Freck! Du bist ein brutaler Spieler! Ja, ja, ja! Abseits war die Schrohmann an die Schrohmann an die Schrohmann an die Schrohmann an die Schrohmann. Oh! Oh! Oh, nicht schlecht! Was ein Idiot, ey! Der Lewandowski geht in! Da kommt jetzt das so ab. Ja! Jawoll! Mucke gewinnt und schießt Bayern ein bisschen raus. Vielleicht auch Lewandowski aus seinem Tief. Also die Software hat es schon recht mit zwei Toren unterschiedlich. Ich bin auf eure Tipps gespannt. Das heißt, Düsseldorf könnte eventuell Gladbach überholen. Das könnt ihr dann auf ultimate-kicker.de einsehen. Nächste Partie bei uns, Freiburg gegen Leverkusen. Boah! Die Freiburger, die sind ja auch ganz tief unten im Tabellenkeller, sind jetzt momentan bei uns. Auf dem letzten Tabellenplatz. Und mit Mucke, hm, haben sie schon einen Rekord. 24 Schüsse, das ist auf jeden Fall neuer FIFA 19 Rekord. Alter, sie geht total in Ordnung. Wir sehen uns in Freiburg. Tschüss! Wir sehen uns in Freiburg.